Der Task First Hit startet am besten in der Landing Zone Charlie 3. Von dort aus geht ihr in den Süden der Stadt zu einer großen Kreuzung. 90% der Fällen befindet sich der Gangboss eher an der Kreuzung als wir auf dem Markt. Tötet ihn und kehrt über Charlie 3 oder Charlie 2 zurück in die Base. Viel Spass in Greyzone, euer Cuny. Untertitelung des ZDF, 2020